Jetzt ist ja Liebe eigentlich ein Thema, das viel besprochen wird, also es spielt in der Sozialisation der meisten Menschen eine ganz wichtige Rolle. Die meisten Popsongs, die geschrieben werden, handeln irgendwie von diesem Thema Liebe. Jetzt ist ja euer Zugang ein wissenschaftlicher und das ist ja tatsächlich was dann sozusagen das Besondere wäre, eben sich einen Begriff zu machen von Liebe als sozialer Kategorie vielleicht, als einen soziologischen Begriff. Deshalb erst mal vorab die Frage, wie seid ihr dazu gekommen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive euch diesem Thema anzunähern, was für Perspektiven, Fragestellungen wären da wichtig für euch? Naja, du hast ja schon angefangen, dass die Liebe auch viel in der Popliteratur oder in der Popkultur sehr viel diskutiert wird und in der Soziologie beschäftigt man sich ja maßgeblich auch mit Gesellschaft, wie funktioniert Zusammenleben, wie funktionieren Prozesse zwischen Individuen und dahingehend ist halt auch immer sowas wie Intimität, Liebe, Sexualität ein wichtiges Thema und wenn wir in die Diskurse in der Soziologie hineinschauen, dann gibt es dort eine ganze Reihe von soziologischen Zahlen, Zeitdiagnosen oder Analysen, ich würde jetzt nur Eva Ilus nennen oder Sigmund Baumann, Volkmar Sigusch, die sich damit beschäftigen und halt davon ausgehen, dass es eine zunehmende Flüchtigkeit im Zwischenmenschlichen vorherrscht, was auch ein zentrales Thema in unserem Vortrag ist. Und dahingehend ist es halt spannend, wie so zwischenmenschliche Verhältnisse, Liebe, Sexualität oder auch Freundschaft immer weiter von ökonomischen Strukturen beherrscht werden. Und das würden wir halt so ein bisschen in das Zentrum rücken und versuchen darüber Erklärungen zu liefern eigentlich. Ja und aus psychoanalytischer Perspektive sind Beziehungskonstellationen, also vor allem Liebesbeziehungskonstellationen, egal ob monogame Liebe oder polyamoröse Liebe, immer interessant, weil sie das Bedürfnis nach Liebe des Einzelnen auch fokussieren. Und die Psychoanalyse bleibt ja nicht selbst dabei stehen, das Bedürfnis auf den Einzelnen zuzurichten, sondern eben auch eine widersprüchliche Vermittlung von Kultur beziehungsweise von Gesellschaft und Triebstruktur des Einzelnen herauszustellen. Und in dem Sinne würde auch eine Veränderung der Gesellschaftsstruktur, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt eine neoliberale Veränderung der Gesellschaftsstruktur vor Augen haben, eben auch eine Veränderung der Trieborganisation des Einzelnen bedeuten, was dann ja für uns schlichtweg die Frage sich stellt, was machen denn diese scheinbar liberalisierten Beziehungsverhältnisse wie der Polyamorie mit uns als liebende Subjekte? Ihr habt jetzt ein zentrales Stichwort eures Vortragsthemas schon genannt, nämlich der Neoliberalismus. Also wenn wir von aktuellen Veränderungen sprechen, dann ist Neoliberalismus oft das Stichwort, das das versuchen soll zu fassen. Nun ist das ein Begriff, der tatsächlich, finde ich, in meiner Wahrnehmung tatsächlich oft eher als Stichwort auftaucht. Wenn man das vielleicht nochmal so ein bisschen schärft, in eurem Vortragstext oder in eurem Ankündigungstext ist auch die Rede von modern, postmoderner Vergesellschaftung. Neoliberalismus, modern, postmoderne Vergesellschaftung, was ist denn damit gemeint? Also erstmal, der Neoliberalismus ist eine Art Wirtschaftstheorie oder eine Wirtschaftsideologie, die sehr dominant in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts anfängt, sich durchzusetzen. Es ist eine Art Reflexion auf die 50er, 60er Jahre, wo man noch sehr stark kenianistische Vorstellungen hatte und auch in der Sozialdemokratie, wo das noch stärker verankert war, dass man die Vorstellung hatte, okay, der Staat greift ein in den Wirtschaftsprozess, er sichert sowas wie soziale Garantien auch ab. Und der Neoliberalismus als wichtigster Vertreter vielleicht Friedrich August von Hayek zu nennen, der halt eher davon ausgeht, okay, man kann Gesellschaft nicht als Ganzes begreifen, man kann es nicht erfassen und halt immer wieder in seinen Werken darauf hinausstellt, man muss halt vom Individuum, von Einzelnen ausgehen. Und dahingehend ist im Neoliberalismus halt so eine Art Vorstellung, die Individuen sind auf sich selbst zurückgeworfen. Sie müssen selber damit klarkommen, wie sie in der Gesellschaft funktionieren wollen, wie sie leben wollen. Und man kann halt sogar sagen, dass halt diese neoliberalistische Doktrin bis tief auch in die Sozialdemokratie hineinreicht, wo wir dann sehen, dass die SPD mit Rot-Grün maßgeblich die Agenda 2010 zum Beispiel durchgesetzt hat, wo der Sozialstaat maßgeblich zurückgebaut worden ist. Und postmoderne oder moderne Gesellschaft, oder sagen wir moderne, postmoderne Gesellschaft, damit meine ich einfach nur, dass moderne Gesellschaften funktionieren über Individualisierung. Es ist das Herauslösen des Individuums aus vormodernen Verhältnissen, aus der Familienbande. Und postmoderne Gesellschaften funktionieren halt nochmal, gehen nochmal einen Schritt darüber hinaus, dass sie halt, mit Volkmar Sigusch kann man sagen, die Familie wird halt immer kleinteiliger. Wenn wir in der vormodernen Gesellschaft Großfamilien hatten, wo viele Leute in einem Haus zusammengelebt haben, mehrere Generationen, dann ist in der modernen Gesellschaft, wird es auf die bürgerliche Kleinfamilie abgestellt. Und mit Volkmar Sigusch kann man sagen, in der postmodernen Gesellschaft wird diese Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind, noch weiter reduziert auf das einzelne Individuum, halt eben im Sinne des Neoliberalismus, dass letztlich der Einzelne seine eigene Familie ist. Im Neoliberalismus sind die Individuen auf sich selbst zurückgeworfen und auch in Beziehungen ist zunehmend eine Verflüchtigung festzustellen, vielleicht eine Art von Bindungslosigkeit, das sind Stichworte, die ihr jetzt schon angesprochen hattet. Und ihr habt es auch angedeutet, dass für euch ja zwei Zugänge da zentral sind. Einmal so eine soziologische Sichtweise, die halt gesellschaftliche Strukturen in Blick nimmt und auf der anderen Seite die Psychoanalyse, die halt so Subjektstrukturen, Subjektivierung sich anschaut. Wenn man diese beiden Ansätze dann nochmal gucken, dann tauchen in eurem Ankündigungstext ja auch zwei Aspekte auf, die dem vielleicht so ein bisschen entsprechen, diesen beiden Herangehensweisen. Und da ist zunächst eben der Blick auf die Familienstrukturen, die du auch schon angesprochen hattest. Du hattest jetzt sozusagen so die vormoderne Familie angesprochen, die ja irgendwie für sich selber ein ökonomischer Zusammenhang gewesen ist, die sich mit der Moderne auflöst. Trotzdem kann man ja sagen, in den 50er Jahren so mit dem Fordismus und so, da etabliert sich dann ganz allgemein auch in den Arbeiterschichten so ein kleinbürgerliches Familienmodell mit Haus, mit Kühlschrank und Auto, das Ernährermodell. Also der Mann ist derjenige, der sozusagen das Geld einbringt für die Familie. Die Frau ist abhängig und vor allen Dingen im Haushalt beschäftigt. Jetzt da vielleicht auch nochmal die Veränderung in den Blick zu nehmen. Was passiert denn im Neoliberalismus mit dieser Kleinfamilie? Ich denke, da muss man tatsächlich nochmal ein Stück zurückgehen. Und wenn man das mit dem Historiker Ily Saretsky, der wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte der Psychoanalyse geschrieben hat, dann kann man sagen, dass die Entstehung der Psychoanalyse mit dem Zusammenbruch eines viktorianischen Familienmodells zusammenfällt. Dieses viktorianische Familienmodell war vorher stark identitätsbildend in dem Sinne, dass die Produktion vor allem in Hof und Haus, also familiär strukturiert war und dadurch vor allem auch diese starren geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen fixierte, also Identität, was schlichtweg ein, naja, vorbestimmtes. Und ich denke, mit der Verlagerung der Produktion von Hof und Haus in die Fabrik oder ins Büro, das heißt zu Zeiten der Zweiten Revolution, da ist ja auch gerade die Psychoanalyse in ihrem Entstehen begriffen, wird die Identität des Individuums zunächst erst einmal fraglich und damit gleichzeitig einmal zu einem Problem, aber auch zu einem Projekt. Und der bürgerlichen Familie, die zuvor halt als so eine Identitätsstifterin vielleicht fungierte, kommt nun in der bürgerlichen Kleinfamilie eine Doppelfunktion zu, wenn man das so sehen will. Einerseits fungiert die Familie als so eine psychische Agentur der Gesellschaft, wie das Fromm auch formuliert, indem sie halt so sozioökonomische Bedingungen, aber auch kulturelle Normen an die nächste Generation weitergibt, was vor allem in der Psychoanalyse auch die Internalisierung der kulturellen Norm im Über-Ich, wenn man das so verkürzt darstellen will, bedeutet. Und gleichzeitig bildet die bürgerliche Familie, so zumindest auch ein Argument Adornos, eine Art Schutzraum vor der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft, vor den Härten der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft. Und viele Psychoanalytiker beobachten dann in der Zeit, vor allem in den 50ern, eine Schwächung der väterlichen Autorität. Also das fällt häufig unter dem Begriff der vaterlosen Gesellschaft. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass damit sämtliche Autoritäten wegfallen, sondern die Autorität sehr viel diffuser erscheint, weil sie nun bei der Vermittlung von Kultur und Individuum nun sehr viel unmittelbarer funktioniert. Und ich denke, dass sich diese Tendenz vor allem im Neoliberalismus weiterschreibt. Also nun wird die Produktion nicht nur von Hof und Haus in Fabrik und Büro verlagert, sondern das Büro wird eigentlich letztlich wieder in den zuvorigen Schutzraum der Familie verlagert. Also zum Beispiel, wenn man das so plakativ darstellen will, als Homeoffice im Einzelnen. Und dadurch wird eben die Zurichtung des Individuums drastisch verstärkt. Du hast jetzt auch schon angedeutet, dass es so eine enge Verbindung gibt zwischen Familienstruktur auf der einen Seite und Subjektivierung auf der anderen Seite. Und hast da vielleicht schon angedeutet, der Verlust von Vaterfiguren spielt dann im Neoliberalismus eine Rolle. Für mich ist da auch der Vergleich mit den 50er Jahren interessant. Da ist ja ein zentrales Stichwort so die Lebenserwartung und Lebensplanung, wo man irgendwie in den 50er Jahren etabliert sich was, wo tatsächlich Leute irgendwie relativ lang, ja, ihr Leben lang in einem Beruf bleiben und sowas. Und sowas fällt ja auch immer weiter weg. Und genau, was macht denn sowas vielleicht mit Subjektivierung? Wie kann man so die Veränderung von Subjektivität im Neoliberalismus auch fassen? Ich gehe davon aus, dass das sehr viel auch mit einem spezifischen Kulturverständnis zu tun hat. Insofern, als dass die standardisierte Kultur, die wir vielleicht in faulistischen Produktionsverhältnissen noch vorfinden, überaus lustfeindlich erscheint. Also da kann man auch den Überlegungen von Freud gut folgen im Unbehagen in der Kultur. Die Kultur basiert quasi auf einer drastischen, eigentlich auf einer totalen Triebunterdrückung, weil sie eben Sublimierungsprodukt des Einzelnen ist. Also Sublimierung als eigentlich der einzige Abwehrmechanismus, also einer, der desexualisiert und damit alle, überhaupt alle höheren psychischen Tätigkeiten, wie Wissenschaft oder Kunst erlaubt. Und ich denke, dass diese triebfeindliche oder lustfeindliche Kultur, vor allem dann durch Marcuse und stellvertretend, dann auch natürlich die 68er-Bewegung, Studentenbewegung stark angegriffen wird. Und dabei schwingt eben die Vorstellung mit, dass mit der Befreiung des EUs, also der Lust des Triebes, eine Befreiung der Gesellschaft ermöglicht wird. Und damit ließe sich so seine Hoffnung eine Kultur ohne Unterdrückung einrichten. Und interessanterweise entdeckte dann zwei Jahre später im eindimensionalen Menschen, dass tatsächlich so eine Liberalisierung der Triebe, der Lust stattgefunden hat, aber innerhalb des gesellschaftlich Bestehenden, also im Spätkapitalismus. Und indem nun Individuen eigentlich ihre sexuellen Bedürfnisse im Bestehenden abführen können, wird die soziale Kontrolle auf den Einzelnen vermehrt eigentlich verstärkt. Und so führt, so sein Argument, dann eben auch Lust zur Unterwerfung. Also die Liberalisierung führt letztlich zur Unterwerfung des Einzelnen. Marcuse ist das Stichwort, das sich auch in dem Titel eures Vortrags ja wiederfindet. Eindimensionaler Mensch ist eines der bekanntesten Bücher von Marcuse. Ihr spricht über die One-Dimensional Love. 68er waren jetzt ein Stichwort. Und damit verbunden ist ja ganz eng die sexuelle Revolution. Es wurde damals eben angegangen gegen, ja sozusagen, so eine restriktive Sexualmoral, wo ja auch Akteure und Gruppen da waren, die zum Beispiel die bürgerliche Ehe als Institution angegriffen haben. Und wenn man solche Institutionen angreift, kann man sich ja fragen, okay, was bleibt denn sozusagen als alternatives Beziehungsmodell? Da taucht zum Beispiel die Polyamorie auf, also sozusagen die Kritik, dass Liebesbeziehungen auf exklusiv zwei Personen beschränkt sind. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge Literatur, auch in jüngster Zeit dazu, die eben Polyamorie als positives Modell vorstellt. Und ich denke, es ist jetzt schon angeklungen in dem, was bisher gesagt wurde, dass ihr eine Ambivalenz seht in, ja sozusagen, diesem Trend der Polyamorie, wenn man es so zugespitzt sagen kann. Worin besteht denn diese Ambivalenz? Also ich würde jetzt sagen, dass die Polyamorie einerseits auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse reagiert. Also wenn wir darüber sprechen, wir leben in einem neuen Geist des Kapitalismus, der eben diese ganzen Imperative an die Individuen stellt, Selbstoptimierung, Flexibilisierung, Mobilität, und dass die Polyamorie einerseits darauf reagiert und das affirmativ aufnimmt, auf der anderen Seite aber versucht, dieser Flüchtigkeit in postmodernen Beziehungsverhältnissen irgendwie was entgegenzusetzen. Nämlich indem man halt sagt, wir versuchen neue Regeln, neue Normen, neue Verhaltensweisen irgendwie aufzustellen. Ja, dass halt die romantische Liebe funktioniert nicht mehr, das wird irgendwie betrachtet so in dieser Polyamorie-Literatur. Und dagegen versucht man halt ein anderes Modell zu setzen. Und da ist halt diese Ambivalenz drin, dass man halt auf der einen Seite diese ganzen gesellschaftlichen Flexibilisierungsverhältnisse aufnimmt, auf der anderen Seite aber versucht auch, sich so abzugrenzen von so einer Promiskuität, dass man halt auch, einige Polyamoristen betonen auch, dass sie sich als eine Art Kontrarevolutionäre zur sexuellen Revolution betrachten, weil sie halt den Fokus auf diese Emotionalität sehr stark betonen und halt sagen, uns geht es nicht darum, wir wollen nicht, uns geht es nicht um eine überbordende, gelebte Promiskuität, sondern wir wollen Verhältnisse, wo es um Emotionalität geht. Und da steckt eben diese Ambivalenz drin. Ich würde halt immer nur als Soziologe betonen, dass wir in einer Gesellschaft leben und dass diese Gesellschaft maßgeblich von ökonomischen Strukturen beherrscht wird. Und dass man halt diesen Anspruch der Polyamorie, dass das kaum einzuhalten ist, weil man nicht einfach gegen so Strukturen ankämpfen kann oder so. Das ist alles so voluntaristisch. Wir können dem Herr werden und wir können jetzt gelebte Beziehungsmodelle ausführen, die halt auf Emotionalität basieren. Und ich würde halt immer darauf betonen, dass diese Übermacht der Strukturen kaum irgendwie abgefedert werden kann.